So, nein, Damen und Herren, da geht es gleich direkt weiter. Oh, Entschuldigung. Ashley, das ist die Priorität. In diesem Fall, wissen wir, was wir müssen. Dann komm, Sancho Pantha! Lasst uns die Princese Dulcinea! Du kannst dich nicht schrauben. Hey, das war mein Lanz. Okay, hurry, ich verstehe. Warum helfen wir das? Was ist das für dich? 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 Die Spezies. Sie sagten, ich würde dir helfen, nicht? Ach, schuldigung. Platz, dass ich hier... ...einsetzen kann doch schon mal. Ich habe das nicht immer in Staplezentrum. Ah... Okay, ich kann noch mehr reinsetzen. Okay. Habe ich eigentlich... Ich habe nur Ersthilfe, ne? Ja, ja. Also die First Ace. Die First Ace. Oh, nichts, aber die Finale. Willkommen! Was kann ich euch interessieren? Ruby ist alles, es macht keine Unterschiede. Der Preis? Das ist unsere Wahl. Die noch nicht! Ähm... Wo kommen wir... Erstmal 25. Es ist ein bisschen schwer für mich, meine Hoffnung in jemanden zu werfen, die für Umbrella gearbeitet hat. Also hast du gehört, oder? Ja! Was hast du gemacht? Du musst nicht mehr über sie beschäftigen. Du hast nicht meine Frage gestellt. Was hast du nachher? Was hast du jetzt? Lass mich zu einem Schrauben weiterentwickeln. Ich habe eine Schrauben, Frau. Ich habe eine Schrauben. Ich habe eine Schrauben. Ihr dürften zu machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will wissen, ob ich das noch mitverkaufen kann. Ich dachte, dieses Gebiet wäre eigentlich jetzt hier mit dem Raketenwert war optional. Ich muss jetzt nicht hier hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, komm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Raketenwerfer. Das war's für heute. 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 Lass mich doch erst mal hier... Ich hab da die Granate übersehen. 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 du bist dazu gezwungen seine dreckshoffe zu nutzen und ich hätte gerne eine andere waffe die die Do something about those parts! Oye! Switch tracks! We don't! We're gonna crash! We're going off the rails! Give me a hand! It's them! Watch out! Up ahead! Shoot the boards! We shake them off! Left turn! Curving to the right! Let's go! Oh Gott, nein! Das ist es? Frag es nicht. Die Dinge sind gerade angefangen. Was ist das? Das Problem ist, hier gibt es keinen Sprecherpunkt. All right, let's go. Oh, not this again. Hey, the cart's dipping over! Hey, he's that nice when I keep hitting. Guck mal, wie er auch nicht mehr trifft. Ja. Hallo. Ich weiß jetzt schon, dass ich den kompletten Bereich nochmal machen darf. Das ist kind of fun. More boards! Let's turn! Going off the rails, give me a hand! Hallo? Hallo? Oh, Sophos! Ich kann sich nicht mehr will, wenn ich sie mit mir schreien. Guck mal, wenn der Eiweck war, das wedstlasse! Dann schreien dieками! Und ich konnte L gratulieren. Das macht von ihnen nichts zum Beispiel! End of the line, asshole! Hey, the cart's stepping over! Look! You can see where they dug up the bugs! Ahead! You're kidding! Get the brick! What? Are you serious? Jump! Hey! Luis! Can I get a hand? I'm sorry! Give us a three-to-one next time, yeah, Sancho? Well, Sancho! Oh, man! Actually, this works! Oh, yeah! Let's get on that lift! Ah! I knew it! Stay sharp! These guys have camouflage! One- Two! 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 Three! Two! Two! Three! Two! Two! Was ist das? 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 Das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Es war du, Gatua, Quicker. Und ich will dir... Knives, oder schneller. Ich habe dich nie gesagt, dass ein RPG ist besser als ein Knives. Wir sind gerade mit dem Wookie. Du bist kontrolliert von diesem Kult? Das hat nichts... zu tun mit ihnen. Ich bin ein freer Mann, der eine Wahl hat. Nicht schlecht. Major! Du bist nicht richtig denken! Oh mein Gott, das ist besser als das. Jetzt fokuss dich! Show mir was du! Soldaten wie du! Warum arbeitest du für diese Freak? Warum? Ich habe vergessen, was vor zwei Jahren passiert. Operation Haffier. Ich habe alles gebeten. Keine Ehre. Keine Ehre. Keine Ehre. Keine Kraft. Keine Kraft! Ich will das gleiche für mich. Ja! Hallo... Ich habe doch gekontert, du Spass. Ich könnte auch lachen, weil wir keine Waffen nutzen, da wo man einmacht. Enough play, Rookie. You haven't changed the damn bets. What a disappointment. Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this, the key to my laboratory. Sorry. Go there and remove those damn parasites. Help, Ashley. You know, I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? What the hell? What do you think? Das war Liga-Sherr, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.